Musik 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 Ich habe seit 20 Jahren immer wieder Schmerzen im Bewegungsapparat von der Halswirbelsäule angefangen bis zur Lehmtenwirbelsäule. Ich bin Krankenschwester gewesen, 25 Jahre und dadurch bedingt die Schmerzen und Bandscheibenprobleme. Ich habe immer wieder Therapien gemacht, Massagen, Physiotherapie und es sind halt irgendwo dann die Grenzen, die aufgezeigt werden über bestimmte Beweglichkeit. Da bin ich dann nie drüber gekommen und es treten dann aber auch immer wieder Schmerzen auf. Roswitha Resch hat sich daher entschlossen, den sogenannten Geistheiler und Energetiker Wolfgang Müller in Niederösterreich aufzusuchen. Für mich ist es schön, wenn man dann das Ganze einfließen lassen kann und wenn man auch diese energetische Arbeit dazu nimmt, um wirklich für den Patienten und Klienten das Bestmögliche zu schaffen. In der Berührung liegt die Entspannung. Die Geistheiler nennen es geistige Aufrichtung. Die positiven Wirkungen des Körperkontakts kommen hier verstärkt zum Tragen. Ein Wohlgefühl wird erzeugt. Ich halte, ich halte, ich halte, ich halte. Okay, super, super. Ich möchte mich noch nicht mal wirklich so als Heiler bezeichnen, sondern eben halt als derjenige zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und den Menschen dabei begleitet, wieder in seine Selbstheilungskräfte zu kommen. Du hast sie oben. Die Patienten überantworten sich Prozeduren, an die sie allenfalls glauben können, deren genauer Sinn sich für den Betrachter aber nicht erschliesst, wie hier die sogenannte Feueratmung. Silvia hält sich zwar, aber es ist okay. Ich gehe links und rechts neben den Wirbeln und benutze meine Finger als Laserstrahl. Wenn Sie da mal so reinschauen würden, in diese drei Finger, finden Sie ein kleines Mini-Dreieck. Und da stelle ich mir ganz imaginär vor, dass da ein sehr starker, scharfer, violetter Strahl, ein Heilstrahl herausschießt, der in die einzelnen Wirbel hineingeht, um dort die Wirbel wieder in ihre natürliche Beweglichkeit hineinzubringen. Das geschieht aber auf der feinstofflichen Ebene nicht direkt an, sagen wir mal, den Wirbeln selbst. Man kann sich das so vorstellen, man verspürt eine unheimliche Hitze im Körper. Also bei mir ist es so, dass ich sehr stark reagiere auf das. Ich beginne dann auch besser zum Durchatmen. Also das Atmen war in der letzten Zeit dann auch oft Thema, dass ich wirklich zu wenig Luft bekommen habe. Und nach einer Aufrichtung, also es ist wirklich, es fühlt sich alles freier an. Eine einstündige Sitzung kostet 120 Euro. Immer mehr Menschen vertrauen sich einem Heiler an. Kleine Bewegungen zeigen offenbar grosse Wirkungen. Der Geistheiler versucht der Klientin wieder das Selbstvertrauen zu geben, ihr zu helfen, neue Wege zu gehen. Er fungiert gewissermassen als Berater. Okay, und jetzt fang an zu atmen. Mit mir zu atmen. Tief einatmen. Anhalten, anhalten, anhalten. Wenn wir die Erkenntnis haben, dass sie nie Nein hat sagen können, Everybody's Darling sein wollte für jenen, können wir anfangen, durch die Erkenntnis, ein neues Muster auf diese Glaubenssätze draufzusetzen. Das ist energetische, geistige Heilarbeit. Nichts anderes. Es hört sich dramatisch an, ist aber sehr, sehr einfach zu realisieren, indem ich einfach Heilimpulse aktiviere. Selbstheilungsimpulse. Ob der Klient jetzt das annimmt, ob der jetzt damit arbeitet und das auch umsetzen kann im Laufe der Zeit, es müssen also neue Gewichtungen darauf. Man kann das Alte nicht wegnehmen. Man kann nicht dagegen ankämpfen. Es geht nicht. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Alles, was ich beachte, verstärkt sich. Das heißt, wenn ich dagegen ankämpfe, nehme ich einen Teil meiner Energie zum Kampf. Und das Problem wird immer größer und wird immer dramatischer und immer präsenter. Die Kraft der heilenden Hände steht am Anfang der gesamten Heilergeschichte. Ohne therapeutische Mittel, nur mit den Händen zu arbeiten, das hat vielen den Ruf des Wunderheilers eingebracht. Doch im Grund handelt es sich um Methoden, die von jedem anzuwenden wären. Wenn Sie zum Beispiel eine Verletzung haben, irgendwo Schmerzen, legen Sie sich automatisch instinktiv die Hände auf. Das heißt, es hat jeder aktivierte Heilhände. Man muss sich nur dessen bewusst werden, dass man durch diese Hände auch Energie weitergeben kann und auch an andere Menschen. Das heißt, man kann das trainieren, indem man einfach es tut. Im Gegensatz zu Worten ist die Berührung das wesentlich bessere Beruhigungsmittel. Deswegen wirken Verfahren, wo Menschen von anderen berührt werden, besonders stark. Es ist nur eine Fokussierung auf eine universelle Energie, die durch uns sowieso durchfließt. Jeder Physiker sagt, Energie ist unkaputtbar, wenn ich mal den Begriff verwenden kann. Energie ist immer da, nur die wandelt sich entsprechend um. Und so kann ich die Heilkraft, ganz einfach Kraft meiner Intuition lenken und die Hände lenken. Für den Betroffenen gilt noch immer, wer heilt, hat recht. Der Glaube an die eigenen Selbstheilungskräfte ist quer durch alle Formen der Medizin eine Voraussetzung, um gesund zu werden. Die Macht der Heiler scheint vor allem darin zu liegen, diesen Glauben im Patienten zu wecken, wenn auch zum Teil durch Methoden, zu denen der Verstand keinen Zugang findet.